In diesem Video möchte ich euch einen absoluten Bullion-Klassiker vorstellen, der seit 1999 geprägt wird. Es handelt sich um den Australian Kookaburra, der seit 1990 von der australischen Perth Mint hergestellt wird und von Anfang an eine Mischung war aus einem Anlageprodukt, also einer klassischen Bullion-Münze und einer Sammlermünze mit geringer Auflage. Das Besondere an der Kookaburra-Münze ist, dass sie jedes Jahr entsprechend der Nachfrage am Weltmarkt geprägt wird und eine maximale Auflage hat, aber wenn die Nachfrage in bestimmten Jahren dieses Maximum nicht erreicht, dann kann die Auflage auch deutlich niedriger sein und das ist in den letzten Jahren auch häufig passiert. In den ersten beiden Jahren wurde noch die maximale Auflage von damals 300.000 Stück erreicht, danach ging es aber in den 90er Jahren und auch nach dem Jahrtausendwechsel steil bergab, sodass Mitte der 90er Jahre pro Jahrgang ungefähr 150.000 Stück geprägt wurden und nach der Jahrtausendwende ging es dann sogar in den fünfstelligen Bereich runter, sodass beispielsweise der Jahrgang 2002 nur ungefähr 90.000 Mal geprägt wurde, auch 2003, 2004 und 2005 sind sehr selten mit einer Auflage von knapp unter 100.000 Stück. Das Spannende an dieser Prägepolitik ist natürlich, dass jetzt in der Rückschau Jahrgänge, die damals zum Zeitpunkt des Erscheinens nicht so beliebt waren, jetzt umso seltener und umso wertvoller sind. Also gerade ein Jahrgang 2004 wird im Moment für ungefähr 40 bis 60 Euro gehandelt, manchmal auch deutlich drüber und so werden unbeliebte Jahrgänge nachträglich noch zu Raritäten. Das trifft insbesondere auf die Jahrgänge bis 2006 zu. Ab 2007 dann, im Zuge auch der aufkommenden Finanzkrise, haben sich immer mehr Menschen für Silber interessiert und da wurden dann auch die maximalen Prägezahlen von 300.000 Stück pro Jahr erreicht. Weil nicht nur Silber, sondern auch ganz konkret der Kokabura immer beliebter wurden, musste die Persement im Jahr 2010 die maximale Auflage auf 500.000 Stück erhöhen und seit 2013 wird pro Jahr eine Million Exemplare geprägt, was allerdings offenbar immer noch viel zu wenig ist, denn diese Münze ist einfach bei Sammlern und Anlegern unheimlich beliebt und die Beliebtheit resultiert nicht nur aus den Prägezahlen, sondern auch sicherlich, wie ihr hier im Hintergrund seht, an der wirklich prächtigen Gestaltung dieser Münze. Es gibt jedes Jahr ein neues Motiv dieses Australian Kokabura. Er wird jedes Jahr mit großer Detailverliebtheit neu gestaltet und offenbar ist den Graveuren der Persement auch in den letzten fast 30 Jahren die Ideenvielfalt nicht ausgegangen. Der Kokabura ist in Australien eines der bekanntesten und beliebtesten Tiere. Es taucht in diversen Kinderliedern auf, war Maskottchen von Sportveranstaltungen und in Deutschland ist dieses Tier vor allem unter dem Namen Lachender Hans bekannt, wegen seiner markanten Geräusche. Und Anleger greifen bei dieser Münze besonders gerne zu, weil sie hier zum Silberpreis mit einem geringen Aufschlag eine Münze bekommen, die schon nach kurzer Zeit einen Sammlerwert entwickelt, der normalerweise etwas deutlicher über dem reinen Silberpreis liegt und es ist halt auch einfach ein bisschen Abwechslung für das Depot, wenn man ein paar verschiedene Vögel in seinem Tresor liegen hat.